Da sieht man wieder die Politiker, wie schnell sie umschalten und den Segel herumwerfen können, um immer im wichtigen Wind zu segeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, da passt das Sprichwort auf Schwäbisch. Diese Politiker sind wie Sehnerle auf dem Dach. Hoffen wir, dass die Gesinnung bei gewissen Politikern anhält und nicht nach einem Ausstieg, ein Ausstieg vom Ausstieg erfolgt. Worten wir alle gemeinsam dafür, dass den Worten jetzt auch Taten folgen mögen. Zum Schluss wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Bleiben Sie noch da, genießen Sie das siedländische Flair auf einem der schönen Marktplätze Bayerns. Danke. Und Sie haben gemerkt, die Geduld mit der Atomkraft ist zu Ende. Wir fordern die Politik auf, schnell voranzugehen. So, es tut sich was auf der Bühne. Wir haben natürlich ein ganz straffes Programm heute. Wir haben viele Bands hier und hier haben jetzt ein paar Jungs Platz genommen, die ganz wild drauf waren, hier heute auftreten zu dürfen. Sie haben in München schon gespielt bei einer Demo mit viereinhalbtausend Teilnehmern. Und das, was bei mir vorhin hier so zugeflüstert hat, das sind jetzt im Moment um die siebentausend entstanden. Also wenn man hier oben steht, man kriegt Bänzehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, wir haben ein straffes Programm. Ich möchte auch kurz dazu sagen, dass alle Bands, die heute auftreten, auf ihre Gage verzichtet haben. Ja! Ich möchte auch kurz dazu sagen, dass alle Bands, die heute auftreten, auf ihre Gage verzichtet haben.